Der FDP-Vorsitzende Lindner erteilt einem neuen Jamaika-Versuch eine Abfuhr. Dies mache keinen Sinn, sagt er in einem Interview und kritisiert dabei auch die Kanzlerin. Das stell dich ein der Parteichefs bei Bundespräsident Steinmeier geht derweil weiter. FDP-Chef Christian Lindner lehnt einen erneuten Anlauf zur Bildung einer Jamaika-Koalition mit Union und Grünen ab. Erneute Sondierungen in diesem Format ergeben keinen Sinn, sagte Lindner der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bei RTL bekräftigte er, jetzt kann es keine weitere Bewegung geben. Und im Übrigen, wenn ich sehe, wie Bündnis 90 slash die Grünen jetzt über die FDP sprechen öffentlich, dann bestätigt das im Nachhinein meine Bedenken, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit dort nicht gegeben ist. Lindner war am Dienstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen worden. Dieser versucht Neuwahlen noch abzuwenden und will mit den Jamaika-Parteien, wie auch mit der SPD ausloten, wie die Chancen für eine Koalitionsbildung stehen. Auch eine Minderheitsregierung kommt in Frage. Die FDP hatte in der Nacht zum Montag die Sondierungsgespräche mit CDU, CSU und Grünen abgebrochen. Dafür erntete sie teils harsche Kritik aus den Reihen der anderen beteiligten Parteien. In der FDP habe es die Wahrnehmung gegeben, dass wir der Mehrheitsbeschaffer für ein im Kern schwarz-grünes Bündnis hätten werden sollen, so Lindner in der Fahrt. Den Grünen warf er mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Es gibt Grenzen der Kompromissfähigkeit, wenn es darum geht, einen Partner zu demütigen, sagte Lindner. Was am Ende auf dem Tisch lag, haben wir leider so empfinden müssen. Ohne die Grünen hätte es zweifelsohne eine Regierungsbildung gegeben, fügte der FDP-Chef hinzu. Bundeskanzlerin Angela Merkel warf Lindner vor, seine Partei benachteiligt zu haben. Die FDP habe von der CDU-Chefin so gut wie keine Unterstützung für unsere Kompromissvorschläge erhalten, sagte er. Die anderen Parteien hingegen haben eine zweite Chance für eine Jamaika-Koalition nicht ausgeschlossen. Die Tür ist offen, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Dienstagabend in der ARD-Sendung Maischberger zu FDP-Vize-Wolfgang Kubicki. Auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter ist an einer Fortsetzung der Gespräche interessiert. Es lagen sehr, sehr gute Dinge auf dem Tisch. Wir wollen Neuwahlen vermeiden. Wir sind weiter gesprächsbereit. Dem Angebot erteilte Kubicki aber noch in der Sendung eine Abfuhr, wie lange sollen wir denn sprechen? So lange, bis wir tot umfallen. Grünen-Chef Sam Özdemir zeigte sich erneut enttäuscht von der FDP. Diese habe nach einer Exit-Strategie gesucht, das habe man in der Schlussphase deutlich gespürt, sagte er dem Magazin Stern, sie wollte den Bruch und suchte mehr oder weniger verzweifelt den Punkt, mit dem sie das gut begründen konnte. Sie hat diesen Punkt bis zuletzt nicht gefunden. Grünen-Politiker Jürgen Trittin hielt Lindner in der Passauer Neuen Presse eine Inszenierung vor. Nach der Absage der FDP stehen für den Bundespräsidenten weitere Gespräche an, um einen Weg aus der politischen Sackgasse zu finden. Nach Unterhaltungen mit den Vorsitzenden von FDP und Grünen spricht er an diesem Mittwochnachmittag, unter anderem mit CSU-Chef Horst Seehofer, am Donnerstag dann mit SPD-Chef Martin Schulz. Nach der FDP und Grünen